Wo ist Trilux? Ah, der Trilux ist da. Ja, nice. Later. Krasses Fadenkreuz, Alter, bist du verregt? Ja. Von nix kommt nix, versteh ich. Das Fadenkreuz. Ich nehm dir, je Zeuge Jehova. Ich nehm dir, mein Nerf, smerty. Ich werde sterben. Ich werde sterben, Morde. Wir werden einen Adventscham, Morde. Also wir haben einen, der keinen Namen hat, oder was? weil es wieder so ein ultra cooles kind dass ich denkt haha roffelkopter ich mache irgendwie was dass man den namen nicht sieht die fragen sich dann die ganze zeit wie geht es nicht ich habe schon mal die gelätter ich bin so krank alter wisch so krank oh my god sie kommt reingeflogen die haben die wollen wir schon ein profi team der trillo im winde gegen die weide jafkel ist drin der phase auch super krasses fadenkreuz aber bist du verregt ja von nix und nix schon mal ist die die akka die kacke schau mal mama da ist meine pass auf ich mache so ein pengpeng jetzt geht die frau my position die play also 1 muss man dir lassen ausgelöscht ja ja also ich finde es ist lag einfach einer kommt los ich bin ziemlich defensiv die sind ultra close sag mal nicht böse aber ich hole mal ayuppie jo auf mitte jetzt stinkt die nach sch*** hier teampunk world grafik ja stimmt ich weiß nicht was ich machen soll oh ja ah ja einfach in die stinkebombe rein thanks spike platziert oder was noise schockpfeil ist hoch müsste geschockt sein noch einer beide schockpfeile weg oh er ist sogar gekillt durch die schockpfeile diese flash von ihm kotzen mich an ich nehme mal schnell die bombe an mich bevor der eine gauner die wieder fort trägt gegner down nice oh das war's dann für dich ein gegner übrig oh das ist gut left side a putz alter ja so könnten echt die ganzen die ganzen CSGO Runden auch laufen wenn man bedenkt dass man hier insgesamt ja ein bisschen weniger Runden hat also auch die Gesamtkills ein bisschen runterfährt dann sind so 15 bis 25 Kills echt richtig sweet ja das stimmt schockpfeil ich habe den spike one ist steppig mit no behind ein gegner übrig nice let's go ok oh behind ich stecke Gebiet auf hab sie gefunden oh gott ist der nice nice easy things we do things yeah yeah one is down there ja ich hab ihn gekillt mit meiner Ulti ich pack's nicht alle endlich mal Ulti Vanillie Kill ich hab jetzt meine Ulti auch gerafft ich hab ich bin dann für 10 Sekunden respawn ich wenn ich wenn er mich tötet respawn ich 10 Sekunden also du teleportier teleportierst dich oder genau also ich bin für 10 Sekunden quasi kann ich rein rennen ultra aggressiv und wenn ich sterbe werde ich wieder an einem sicheren Punkt respawned geil Also auch wenn du dabei stirbst oder ja ich kann was ultra-aggressives machen sterbe ich aber ich muss das alles in diesen 10 Sekunden machen und dann werde ich wieder in einem sicheren Bereich respawned ok i'm coming still desto ich habe dieses auto schießen wollen ja ist sehr schön ich glaube jetzt soll der c frei sein ich heile dich der eine sogar irgendwas in seiner waffe dran so ein hänger so anhänger und behind keine chance es gibt hier effizienzbewertungen berechnet durch verursachten schaden pro 1000 ausgegebenen höhere werte stehen für höhere effizienz wirtschaft der verantwortungsvoll aber investiere auch etwas für den sieg hi what i like this i gonna party with my bleiches